Hallo zusammen, 100 Sekunden Haut, alles was ihr über Zink und Akne wissen müsst. Zink gehört zu den essentiellen Spurenelementen, das heißt, es ist für den Menschen lebenswichtig und kann nicht vom Körper selbst gebildet werden. Unser Körper benötigt Zink für viele Stoffwechselprozesse und Zink kann auch helfen, Akne zu lindern. Die entscheidenden Vorteile von Zink für die Aknebehandlung sind, erstens, es wirkt als Antioxidant und reduziert die Entzündungsreaktion auf abgestorbene Hautzellen. Zweitens, Zink kann Bakterien abtöten, die in Poren leben und Akne mit verursachen. Zink wird verwendet, um auch ausgeprägte Formen von bakteriell bedingter Akne zu behandeln. Drittens, Zink hilft Vitamin A in Retinol und Retinsäure umzuwandeln. Viertens, Zink ist ein effektiver physikalischer Schutz in Sonnencremes und wirkt wie eine Abdeckung. Zink dient somit als Schutzschild und schützt die Haut vor UV-Strahlen. Fünftens, Zink kann helfen, Hautausschläge und andere Wunden zu lindern und wird in Babycremes zum Wickeln verwendet. Sechstens, Zink als Tablette kommen bei Akneerkrankungen zum Einsatz. Zinkgluconat und Zinksulfat werden hierbei als Nahrungsergänzungsmittel verwendet. Siebtens, Zink kann auch die Talgproduktion in der Haut verringern. Nebenwirkungen von Zink. Erstens, die Verwendung von Zink auf verletzter Haut kann zu Reizungen, Rötungen und Juckreiz führen. Zweitens, Überdosierungen von Zink können die Niere und den Magen schädigen. So, und damit sind wir auch schon wieder durch. Bitte jetzt teilen und bald wieder dabei sein. Danke und bis bald. Danke. Danke.